Hm. Eins zahlt schon als Secret, was ich hier gefunden habe. Aber ich muss noch sehr viele Enemies töten. Ne, das war es hier, glaube ich tatsächlich. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Okay. So gehst du unter. Ich dachte, das würde mich jetzt wirklich so schön rüberbringen. Komm, fahren noch ein bisschen. Ich schwimme. Ja, so wird das nichts. Verdammte Schilder. Vielleicht klappt das ja besser. Ja. Jetzt finish ich dich mit dem. Alles super, alles wunderbar. Ja, ich vermute mal, dass das gerade recht mies war. Interessant. Nein, nicht fallen. Nein. Yes. Das war knapp, aber ich bin drüber gekommen. Ja. So, die sind doch tot. So, da kommen noch weitere Spinny Lines. Auch tot. Ich bin unbesiegbar. Noch mehr Spinny's. Autsch. Wo, das war knapp. So, es sind nur schwerer. Shit. Na, ich glaube, er das nur schafft. Ne, die Teile machen es ja nur schwerer. Wenn ich mich hier schwingen kann. Knapp. Und darum habe ich die 10 Maximum Hells bei ihr. Noch Fragen? Das wird nix. Bei dem habe ich es gerade gemerkt, aber... Ich bin nur noch das falsche Timing. Ich bin nur noch das falsche Timing. Und darum komme ich da so nicht hoch. Wie komme ich dann da hoch? Wow. Wow, wow. Nein. Okay. Das ist jetzt blöd. Ähm. Komm hoch. So, und als allererst mache ich da unten mal... Ein langes Teil, damit ich nicht hier erstmal in die Stacheln falle. Das ist mal ein guter Schwung. Wie blöd kann man sein? Oh Gott. Und... Nein. Ah, das wollte ich gar nicht springen. Gerade habe ich auch. Geh mir da hoch zu. Komm, nein, ich will... Ich drücke leichtes analogen Stick nach oben, was leider auch springen ist. Dabei will ich gar nicht springen. Zumindest nicht direkt. Yes, ich will mich so umdrehen und... Na komm, ich will meinen Flammenschwert noch ein bisschen ausprobieren. Gut. Ähm, ja. Wie komme ich denn von hier irgendwie leichter da ran? Äh, das ist falsch. Nein. Ja. Ich mach erst mal so. So, das wird für einen Moment noch genug Gewicht haben. Ja. Ja, ein ordentliches... langes Teil. So, wie weit bin ich noch entfernt? Am Rande der Sichtweite. Gott. Hier ist, glaube ich, Korb echt handy. Eine... ...interessant. Ah! Hallo? Hallo? Wieso kann ich auf der Oberseite nicht springen, aber... Ah, das schaffe ich. Mit so einem... Ja. Komm. Ja, jetzt hat es zu wenig Schwung noch. Oh, komm. Dann halt so. Ich hab keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise dem nahe kommt, wie man es machen sollte. Oder... Aber... It works. It's magic. So. Erstens müssen wir mal kurz den Weg nach da oben wieder frei machen. Nein. Oh, nein! Nein! Nein, naaaah. Schon besser. Das ist mal kurz kaputt und weiter geht's. Das sieht fast wie Bosskampf irgendwie sowas aus. Gitter an den Seiten. Das sieht ziemlich sicher wie ein Bosskampf aus. Oder zumindest wie massig Gegner. Hm. Das ging schneller als gedacht. Die müssen wohl erkannt haben, dass sie keine Chance haben und ich hier gerade mehr Leben gewinne, als ich verliere. gegen mein Flammenschwert des Infernus ist leider nix zu machen. Okay. Was macht dieses Tor da so einzeln drauf? Naja. Wird wohl nur eine Ruine sein. So. Nächster Checkpoint. Und... Ja. So. So. Machen wir es in einfache Art und Weise. Wir stapeln Zeugs. Hm. Hm. Das wird immer weiter nach unten genommen. So. Ich habe keine Ahnung, wie sicher das gerade ist. Ne. Ich habe mich noch getroffen, aber ich gewinne diesen Kampf. Hm. Dafür hat es gereicht. Fangen, aber ich komme da nicht durch. Äh. Also. Obwohl... So komme ich da sogar direkt hoch. Wunderschön. Ja. Da oben habe ich Erfahrung gesehen. Hm. Schalterhässe. Okay. Okay. Ich bin der wieder runter. Der macht den hoch. Der macht den. Wie war es das hier? Ich glaube. So. Ich versuche sogar jetzt schon im echten Leben hoch zu gucken. Ah. Wieso... Ich bin der diesmal. Okay. Ah. Das verwirrt mich gerade. Und du da oben. Gib Ruhe. Ah. hole ich mir. Ah. Da scheint nichts zu sein. Ach. Es ist noch mehr von den Viechern. Ah. Nein. Nein. Ah. Ah. in der falsche Richtung. So. Ah. Ah.